Guten Tag, ich bin Lukas Janssen, Ihr Online-Lehrer in Flower Academy TV. Die neue echte E-Learning-Plattform für die gesamte Blumenindustrie. Möchten Sie mehr über Auswahlqualität und Sorgfalt, die Geschichte hinter Blumen- und Pflanzenwissen, beziehungsweise lernen, wie man schöne Blumendekorationen zusammenstellt? In floweracademy.tv können Sie das. Das Lernen über Pflanzen und Blumen war noch nie so einfach und macht viel Spass. Das Ergebnis? Richtige Produktpflege, verbesserte Präsentation, weniger Produktverluste, steigender Umsatz und motivierte Mitarbeiter und Studenten. Registrieren Sie sich und schließen Sie ein günstiges Abonnement ab. Stellen Sie Ihren eigenen Lernplan zusammen, testen Sie selbst Ihr erlerntes Wissen und drucken Sie Ihre Zertifikate aus. Wir haben spezielle Gruppenabonnements für Firmen und Schulen. Wir haben ein einzigartiges Management-Informationssystem für Schulen, Unternehmen und Organisationen entwickelt. Das Handhaben der Teilnehmer und Ergebnisse ist sehr einfach. Learning is fun at floweracademy.tv And learning is earning. Das Handhaben